Dankeschön. Mit acht Jahren habe ich meine Liebe zum Dirigieren entdeckt. Meine Eltern haben mich oft mit voll aufgedrehter Stereoanlage wildfuchtelnd im Wohnzimmer gefunden. Diese Karriere endete abrupt, als ich das Gerzo aus der 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven mit einem offenen Füllfederhalter und geschlossenen Augen dirigiert habe. Ihr könnt euch sicherlich die Begeisterung meiner Eltern vorstellen. Ich hatte es geschafft, das Wohnzimmer in kürzester Zeit mit Punkten umzudekorieren und Tintenblau war dabei die dominierende Farbe. Für dieses Desaster mache ich bis heute Beethoven's Gerzo verantwortlich und das spielen wir jetzt für euch. Vielen Dank. Applaus Untertitelung. BR 2018 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 Dankeschön.